Wir bauen eine innovative Solaranlage. Wir haben gewusst, dass Megasol ein Pilotprojekt starten möchte und dann sind wir Partner geworden. Es ist wichtig, einen kompetenten Lieferant zu haben und mit Megasol ist die Arbeit sehr gut gegangen. Am Match gefällt mir sehr gut, dass wir Dachflächen belegen können, auch komplizierte Kanten und Anschlüsse. Man kann die Flächen optimal nutzen, weil man die Anschlüsse mit Tonziegel machen kann. Die Tonziegel kann man auf einfache Art und Weise anpassen. Es gibt eine wunderschöne homogene Fläche am Schluss. Das finde ich eine sehr gute Lösung. Was ich auch sehr schön finde, ist natürlich die Farbe des Matchs mit dem Terracotta zu diesen schönen rötlichen Ziegel. Das passt unheimlich gut und gibt eine wunderschöne Dachlandschaft im Vergleich zu anderen Systemen. Es freut uns, dass Megasol mit dem Matchsystem die Möglichkeit zur Wahl von der Farbe zulässt. Das Projekt, das hier in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner entstanden ist, ist wunderschön geworden. Es erfüllt uns auch mit einem gewissen Stolz, dass wir zu den ersten Körern das Produkt einsetzen können. Es ist ausserdem erstaunlich, wie viel Strom sich mit dem Solaranlage ziehen lässt. Und wir haben damit die Möglichkeit, auch einen schönen Anteil der Mieter mit Solarstrom vom eigenen Dach zu versorgen. Prost! Zum Wohl! Megas, zum Wohl! Megas, zum Wohl! Megas, zum Wohl! Gute Anlage! Bis zum nächsten Mal.